Liebe Studierende, willkommen zum neunten Podcast des Semesters. Die Hauptthemen der letzten Vorlesungen waren Transportvorgänge und Fotoeffekt. Durch die thermisch bediente Bewegung der Teilchen in einem Gas können durch dieses Gas hindurch verschiedene physikalische Größen transportiert werden. Bei der Diffusion werden Teilchen, wird also Materie transportiert, bei der Wärmeleitung liegt ein Transport von Wärme, also von Energie vor, bei der inneren Reibung geschieht ein Transport von Impuls und bei der elektrischen Leitung wird Ladung transportiert. Alle diese Phänomene hängen eng miteinander zusammen. Die charakteristischen Parameter dieser Transporterscheinungen lassen sich auf Grössen zurückführen, die wir zum Teil schon kennen. Wir können somit einige bekannten Konzepte von einem anderen Blickpunkt betrachten. Die Ursache für einen Nettotransport von Teilchen ist ein Konzentrationsgefälle. D.h. ein Gradient der Teilchendichte als Funktion der Ortskoordinate. Im stationären Fall, wenn dieses Konzentrationsgefälle ständig aufrechterhalten wird, tritt durch die Querschnittsfläche A pro Sekunde stets die gleiche Teilchenzahl N. Durch die Einführung der Teilchenstromdichte gelangt man zum ersten Fiction-Gesetz, wobei die Teilchenstromdichte gleich minus die Diffusionskonstante D mal Konzentrationsgefälle ist. Die Diffusionskonstante D wurde dann anhand einigen vernünftigen Voraussetzungen und Annahmen mikroskopisch definiert. Man findet, dass die Diffusionskonstante proportional zur Driftgeschwindigkeit und zur freien Weglänge der Teilchen ist. Nach der Behandlung des Transportvorgangs der Materie, d.h. des Diffusionsgesetzes, haben wir die thermische Leitung angeschaut. Die Situation ist hier ganz ähnlich wie beim Teilchentransport. Für den Transport von Wärme ist ein Temperaturgefälle verantwortlich, sodass die Wärmestromdichte wieder eine füge Gleichung erfüllt. Lambda ist hier die Wärmeleitfähigkeit. Die Wärmeleitfähigkeit ist unmittelbar mit der Diffusionskonstante verknüpft. D.h. die Wärme lässt sich via Teilchen transportieren. Die Wärmeleitfähigkeit ist auch direkt proportional zur Freiheitsgrade F des Gases und zur Teilchenkonzentration N. Im gleichen Stuhl kann man dann die elektrische Leitfähigkeit auch als Transportvorgang verstehen. Wir denken hierbei nun nicht mehr an ein wirkliches Gas, sondern an das Modell des Elektronengas in Metall. Das Ohmsche Gesetz besitzt nämlich die gleiche Form wie alle oben erwähnten Transportgleichungen. Die Ladungsstromdichte ist dem Potentialgefälle proportional und nicht durch ein Konzentrationsgefälle hervorgerufen. K. ist die elektrische Leitfähigkeit. Aus der mikroskopischen Deutung der elektrischen Leitfähigkeit lässt sich zeigen, dass die Leitfähigkeit eine Funktion der charakteristischen Stosszeit Tau, der Elektronmasse M und der ladungsdichte Konzentration N ist. Das 19. Jahrhundert stand ganz unter der Vorstellung Licht als Wellenvorgang. Gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts stieß man auf Experimente, die auf einen Teilchencharakter schließen ließen. Der Quantencharakter des Lichtes tritt am deutlichsten bei allen atomaren Absorptions- und Emissionsprozessen zutage. Zuerst beschäftigen wir uns mit dem Fotoeffekt, wobei die Grundidee des Photons als Quantum des Lichtes eingeführt wird. Im Fotoeffekt-Experimente wird die Platte eines Festkörpers, meist eines Metalls, mit Licht der Frequenz µ beleuchtet und angeregt. Die Elektronen werden aus dem Festkörper ins Vakuum befreit. Man macht folgende experimentelle Feststellungen. Aus der Kathode werden durch das Licht Elektronen, d.h. nur negative Ladungen, ausgelöst. Diese Ladungen können durch eine positive Spannung zur Anode abgesaugt werden. Man erhält die Stromspannungskennlinien. Bei festgehaltener Lichtintensität I1 und festgehaltener Frequenz µ1 findet man bei positiven Spannungen UA einen Sättigungsstrom IS. Es bedarf einer negativen Bremsspannung UB, um den Photostrom auf den Wert 0 zu bringen. Eine Erhöhung der Lichtintensität von I1 auf I2 führt zu einer Vergrösserung des Sättigungsstroms, ändert UB aber nicht. Trägt man die Bremsspannungen als Funktion der Lichtfrequenz auf, erhält man eine Gerade, die die Frequenzachse bei einer Grenzfrequenz schneidet. Die Konstante C erweist sich als unabhängig vom Kathodenmaterial, während die Grenzfrequenz für dieses charakteristisch ist. Wenn die elektromagnetische Strahlung mit Frequenzen größeres als die Grenzfrequenz von der Lichtquelle entfernt wird, z.B. mit einer Glasplatte im Strahlengang, werden keine Elektronen photoemittiert. Die Erklärung des Fotoeffektes von Einstein ist einfach. Das Licht stellt einen Strom von Photonen dar. Jedes Photon besitzt die Energie Planche Wirkungsquantum H mal Frequenz. Die Intensität, die Energiestromdichte, ist als Produkt der Photonenstromdichte J und der Energie eines Photons zu verstehen, die jedes Photon transportiert. Bei jedem Elektronenauslöseprozess handelt es sich nun um einen Einzelkampf, ein Photon gegen ein Elektron. Die Energie des Photons wird dazu verwendet, das Elektron aus dem Metall zu befreien, wozu die Austrittsarbeit notwendig ist. Die verbleibende Restenergie erhält das Elektron als kinetische Energie, die durch die Bremsspannung UB gemessen wird. Die materialspezifische Grenzfrequenz ist somit mit der Austrittsarbeit zu identifizieren. Man sieht, dass eine Energiebilanz den Fotoeffekt erklärt. Daraus folgt die experimentelle Feststellung der linearen Abhängigkeit der Bremsspannung zur Frequenz, wobei die universelle Steigung gleich Planche Konstante A geteilt durch Elementarladung des Elektrons ist. Nächste Woche werden wir uns mit folgenden Themen beschäftigen. Nach der Einführung des Dualismuswellen-Teilchencharakter des Lichtes lässt sich etwas Ähnliches für Teilchen selber feststellen. Wir werden die Materiewelle definieren. Wir werden uns auch mit den Eisenbergschen Unschärfrelationen auseinandersetzen, als wesentliches Prinzip der Quantenphysik. Als Hauptthema der Woche werden wir die Energiezustände der Atome anhand des Burschen Atommodells beschreiben. Ich freue mich auf die nächsten Vorlesungen mit Ihnen. Ich freue mich auf die nächste Woche.